Also die minimalinvasive Implantation kann sich dadurch auszeichnen, dass wir Flapless arbeiten. Flapless bedeutet, dass die Schnittführung, um ein Implantat zu setzen, nicht stattfindet, sondern es kann mit einem 3D-Röntgenbild und einer Bohrschablone vorab genau die Implantatposition festgelegt werden. Man hat also ein virtuelles Bild des Knochens, in dem implantiert werden soll und jetzt macht man eben keinen klassischen Schnitt und klappt die Schleimhaut weg, sodass man auf den Knochen schauen kann und dann unter Sicht implantiert, sondern man macht eine sogenannte Stanzung durch die Bohrschablone durch. Man hat also nur ein winziges Stück Schleimhaut entfernt, um das Implantat setzen zu können. Das ist eine Idee oder ein Vorgehen bei der minimalinvasiven Implantation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017